Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Rocket League hier bei BecauseGaming is Fun zusammen mit Christoph. Hallihallo! Hoi! Und heute sind wir wieder zu zweit unterwegs, machen die Duo-Matches unsicher. Also Christoph streng dich an, zuletzt hatte ich eine gute Streak mit Krischi. Ja, wir haben auch krank gewonnen. Vier Spiele haben ein Stück gewonnen mit Krischi. Das ist ja auch echt das Dream Team. Ja, muss man nur mal sagen. Wir gehen echt hart ab in unserem ersten Spiel heute. Ich geb Krischi vier Vorlagen, er macht fünf Tore, alles klar. Hast vier Vorlagen? Ja, eins hat er auch alleine gemacht. Aber sonst deiner. Oh shit. Der kommt mies. Hast du aber gut geklärt? Nein! Geht nochmal nach vorne. Ne, verdammt. Den hast du geblockt. Ja, nice. Schönes Ding. Und? Bin ich deiner Wüns? Ah, wird sich noch herausstellen. Ja. Guck mal mit einem Tor, das 100 Punkte bringt, bist du jetzt mal gerade 30 Punkte vor mir. Was läuft da falsch? Das passiert nicht. Meiner, ne? Ja. Oh, schade. Nice. Oh! Das ist mies abgefälscht, ey. Oh, oh. Der geht aber nicht. Der geht aber auch nicht. Ja. Hätten sie gerade noch so rausbekommen, glaub ich. Oh fuck! Warte, warte, warte. Äh, okay. Wohohohoho. Ja, der kommt gut in die Mitte. Die Spiele. Ich hab keinen Boost. LOL! Oh Leute, ich bin zu schnell für den Ball. Fuck. Mittel? Ja, ich bin leider gerade am Mittelkreis. So. Und selbst wenn, wär das, glaub ich, ein nicht idealer Winkel geworden. Oh fuck! Nein! Leute, du stanzt da ja. Ich hab's nicht machen sollen, ne. Du stanzt da, oder? Ja, so. Na, so stehen ist gut, ne? Ah, ja. Ah, ja. Ah, gut. Ja, ich komm da auch noch mal raus. Ich hab's noch angeheizt, aber keine Chance mehr. Ja. Ähm. Ich geh. Ja. Oh shit. Na gut. Oh shit! Nein, das war doch. Da dachte ich, der... Ja, der war böse. Der war richtig böse geflogen. Ja. Da hab ich echt nicht mit gerechnet. Ah, wo ist Chris genug, wenn man ihn braucht? Nein. Oh fuck. Jetzt hol dir schon nen scheiß Pust. Nächster. Ja. Ja, schön. Ja, sehr schön. LOL! Tut mir leid! Das geht so. Vor allem dadurch hast du mich geblockt. Ich dachte fest, ich krieg den. Darum bin ich durchgeboostet. Aber dann hab ich dich weggehauen, du hast mich dadurch geblockt und dadurch... Ohhhh, ärgerlich. Na verdammt. LOL. Alter, sag's mal. Was ist los? Verdammt. Der ist drin. Oh, der... Der ist drin. Der kommt richtig... Nein, der... Doch, der ist... Ich helf nochmal nach. Bandenschuss hab ich dafür bekommen. Was für die? Bandenschuss? Banden. Warum auch immer ich einen Bandenschuss bekommen habe. Mit dem Gegner nochmal reingehauen ins Tor. Deiner. Ja. Oh, der fliegt böse. Nein! Nein, 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 nein. Oh, oh. Nice. Was? Ja, klar, du bist nie nochmal. Was? Ja, sowas mach ich nicht. Oh, oh. Ne, noch alles cool. Ja, so berührt der ihn noch so ein bisschen, ey. Oh, oh. Fuck. Da komm ich nicht hinterher. Da komm ich nicht hinterher. Der ist nicht drin. LOL! Nein. Sascha. Meine Defensivqualitäten leiden heute ein wenig. Ja, ja, ja. Das ist gut. Nichts als Ausreden hier jetzt, ja. Nein, damit wollte ich eigentlich nur sagen, dass ich gerade ganz schön scheiße spiele. Oh, das wäre beinahe die perfekte Vorlage gewesen, ey. Aber da hat er leider weggekickt. Leck, leck. Okay. Das ist ein Witz. Oh. Ey, was ist denn los heute? Da krieg ich niemals mit Freihung schlagen, ja. Also, halbwegs in der Mitte. Naja. Okay. Nein. Gut, dass ich doch noch mal eine Sekunde... Ja. Nein. Der ist drin. Der ist drin. Der ist drin. What a goal! Deins Tor. Boots. Tanz Tor, ne? Was ist ein Tor? Das Tanz Tor. Ach so, ja. Ich habe Tanz Tor verstanden. Tanz Tor, genau. Deiner. Ah, fuck. Nicht richtig getroffen. Nein! An die Latte! Oh, der kommt. Du bist so ein kleiner Absnacker, du Pisser, halt. Du mieser Penner. Nein, das ist die Vorlage. Das erarbeite ich mir ja alles alleine und da kommt der Peller und snackt noch ab, ey. Ich glaub's nicht. Ja, ja, ja. Kannst mich mal, Junge. Guter Schuss, sagt er dann auch. Jawohl, aber Sieg! 11 Punkte. 10 bei mir. Notgoth. Vampiren. Trend. Den Telef reigeschaltet. Ach so. Ich dachte gerade. Gut, hängen wir das zweite Spiel direkt hinten ran. Ja. Oh, der eine war schon veteran. Boah. Die können uns nix. Starfox und Anway. Oder eine Weih. Je nachdem. Und wir spielen gegen Pepsi und Captain Wallace. Und das ist meiner, ne? Ne. Ach so, du bist noch gar nicht da. Jetzt bist du da. Deiner. Kein Problem. Oh Gott, der fliegt jetzt schon. Puh. Oh, oh. Der prallt. Alter, alter. Alter! Ne. Der ist fies abgeprallt, ey. Der fucking hell. Ich dachte, der geht noch an die Bande rechts neben dem Tor. Ja. Darum habe ich mir gar nicht mal so viel Zeit, äh, gar nicht mal so beeilt. Scheiße. Oh. Nee. Schade. Nee. Fünf Meter daneben. Deiner? Deiner. Das ist ein Witz. Aber der geht daneben. Ich habe keinen Boost. Oh, oh. Boah. Er ist gerettet. Das ist keine Parade, ey. Oh, shit. Aham. Er ist gerettet. Alter, Sascha. Ja, was denn? In diesem Tor ist noch Platz für einen von uns beiden. Christoph, fick dich. Fick dich, soll ich nicht? Ich habe Fallkampf gemacht, Mann. Ach, komm. Da bist du zielstrebig auf mich zugefahren. Das kannst du mir nicht erzählen. Komm, mach den. Nee. Doch. Ja. Nice. Ich habe die echt nicht gesehen. Das war abschließend. Ich musste mal in der Folge angucken. Jetzt fährst du voll zielstrebig auf mich zu. Schönes Tor. Ich gehe. Ja. Ja. Ich bekomme ihn nur nicht. Okay. Was ist löst? Ich bin mal. Mal gucken, was sie hier machen. Ah, schade. Oh, fuck. Nicht richtig getroffen. Ach, du wolltest nicht schlecht. Alles von unserem Tor weggeschmeißen ist das richtige. Schön. Obwohl so halbwegs. Okay. Ach so, gut. Den hast du. Ach, gehauen. Captain Wallace. Oh, shit. Da hab ich. Da hab ich einen Doppelparade, glaub ich, gemacht. Du hättest den doch ins Tor reingehauen, oder? Nee. Nee? Nee. Das ist doch voll so. Ich hab einen Doppelparade bekommen, oder? Frech. Ich hab den dann ins Tor reingehauen, bitte. Frech, dass du da Paradenpunkte verkommst. Alter, auch. Loll. Ist der drin? Ich bin gerade, das stört. Ich seh nix. Ach. Ich bin wieder da. Oh, oh. Oh, oh. Ich hab keinen Boost. Nee. Das war dumm von mir. Ich hab nicht anders fahren sollen. Goddammit. Und das gegnerische Team versteht sich. Man merkt's mal. Ja. Schönes Ding. Und mal wieder Vorlagenpunkte für mich. Bei jedem. Ich hab den da hingespielt. Okay, das ist doch nur Buggi. Ich dachte, das ist ein Buggi. Deiner. Ja. Nein. Warum wartest du bei solchen Bällen nicht ab? Ich weiß nicht. Oh, ich hab keinen Boost, merke ich gerade. Loll. Äh, ja, ich lieg auf dem Dach. Eine Sekunde. Wo ist der Ball? Da ist der Ball. Oh, 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 oh. Loll. Ja, der hat so einen guten Winkel getroffen. Leider. Ja, da dachte ich schon wieder. Der geht überhaupt nicht aufs Tor. Ging er dann aber doch. Und dann kam ich angeheizt. Und dann spielte er über mich rüber. Frech. Deiner. Ja. Nein. Nein. Schade. Konne, mach's so. Jungs. Wat'n Teamspiel. Ja, man. So muss dat. Aber Lack, dass er nicht getroffen hat. Ja, bisschen. Aber Lack gehört auch dazu. Deiner, ja. Oh, den hast du gut getroffen. Hab ich gar nicht getroffen. Loll. Das ist maximal abgefälscht, also. Nein. Ah, fuck. Den hat er noch bekommen. Deiner. Was? Ich fahr grad mit schon an der Wand umher. Oh, shit. Schön. Ne, nicht schön. Doch, alles gut. Also, gut. Ne, der ist jetzt nicht so geil. Alles klar. Den Pepsi hab ich gerade richtig in die Luft gehauen. Nicht nur ihn. Ich auch. Oh, shit. Oh, shit. Wallace. Hörst auf hier mit dem Scheiß. Ah, nicht richtig erwischt. Kommst du da angeheizt irgendwo? Ne. 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 Ich hatte keinen Boost. Alles gut. Nice. Und das wird ein Konter. Scheiße. Lol. Lol. Nein. Oh, 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 oh. Das ist ein ganz schlechter Witz gerade. Der ist noch nicht drin. Oh, 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 oh. Fuck. Da haben wir jetzt aber mal richtig Glück gehabt, ey. Oh, oh. Und den ist der wirklich ab. Der ist drin. Der ist drin. können schlechte die tennisball antenne ja wohl besser des servers und das war es dann auch schon wieder von dieser folge liebe leute ich danke vielmals fürs zusehen und ich freue mich nächstes mal wieder einschaltet auch rein bis die tage